So, Freunde der Wahrheit. Hier mal ein kleines Geschenk, was ich bekommen habe von einem guten Kumpel. Eine schöne alte Uhr. Die hängt doch jetzt ein bisschen schief her. So, da werden wir mal vorführen, wie das funktioniert. Dafür gibt es einen großen, schönen Schlüssel. Kleck mal hier rein. Zack. Oh, ist das schwer. Dann wird das ganz rustikal aufgezogen. Die ist wirklich ziemlich alt. Ich vermute mal, dass das hier drüben auch aufgezogen werden muss. Dann schubst man das Pendel mal ein bisschen an. Hört man es? Jo, das war ein Geschenk. Besonders viel Radau macht es nachts um zwölf. Das läutet in allen möglichen, wie soll ich sagen, Klanglagen oder Tönen. Was weiß ich, so gefühlt jede Viertelstunde kommt ein Ton. Oder jede halbe, jede volle, das Ding radaut rund um die Uhr. Jedenfalls fand ich es aber eine schöne Sache. Ich wollte schon immer so eine schöne alte Uhr haben. Danke nochmal. Danke.